Unsere Welt verändert sich rasend schnell. Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie Wohlstand sichern? Und die globalen Herausforderungen meistern? Wir brauchen mehr und bessere Bildung und Forschung an den Universitäten und in Unternehmen. Wie der nächsten Generation die besten Chancen ermöglichen? Lässt sich so viel mehr Wissen überhaupt steuern? Wie organisieren wir Wissenschaft und Forschung? Nur gemeinsam schaffen wir die besten Bedingungen für Bildung, Forschung und Innovation. Und wir handeln gemeinsam für die Wissensgesellschaft von morgen. Die Wissensgesellschaft von 2019 Die Wissensgesellschaft von morgen Die Wissens представля Johnson